Ja, und der nächste Part, meine lieben Freunde, beginnt. Ja, Daisy ist bei mir gerade abgekackt, das heißt, ich werde jetzt erst drauf kommen. Anhört den guten Philipp jetzt auf jeden Fall wieder. Jupp, das war irgendein Scheiß, keine Ahnung. Vermutlich hat es gehabt irgendein Fehler, weil Daisy bei mir abgeschmiert ist. Und ich laufe hier gerade einfach nur über den Highway. I want a highway to hell. Ich laufe über den Highway to hell. Rufstäblich. Oder, ja, gedacht, den Wasser sind das Wort, es kommt nicht wieder in der Stadt, werde ich wieder abgeknallt. Sssh. Juhu. 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 Das muss auch nochmal, das muss auch nochmal vieler Aufnahme sein. Jawohl, der sie empfängt. Juhu. 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 der Name Stabort Stable Branch, Jawoll Hey, morgen wieder Schule Welcome to Muschel-Sulpenhausen Morgen wieder Schule, Campburg Morgen wieder Schule, Campburg Das haben wir gerade mal drei Tage frei gehabt Ich muss wieder auf die Arbeit Währenddessen lässt AIG zum Beispiel Donnerstag, Freitag Sonntag, Montag, Diebstag frei haben Fein Penner Wow, ich bin irgendwas weiter nach ein bisschen weiter nach vorne gespawnt Ich bin jetzt bei der Feuerwache in Elektro Geh da nicht rein Doch Junge Nein, mach ich Ich lauf dann vorbei Ich lauf durch Kamishovo durch Und scheiß auf Kamishovo, lauf direkt nach Elektro Mach Dann knallt mich dann wieder einer ab Dd Dd Einnietig Dd 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 und von Haube zu halten die Gutschkünste zweitmal zu verpackt die Spieleranzahl die Spieleranzahl zu spielen seit bald steht einfach so eine kleine Hütte und ich hoffe dass ich hier in Elektro jemanden begegnen werden okay dahinten geht es wieder aus dem Leckverbrauch sie haben wir die Kirsche sieht aus wie die Hütten hier einfach nur so im Wald rumstehen ja ja und da haben wir das Krankenhaus wir laufen mal eben noch hier in die Hütten ja Daisy ist abgekackt ja ja was ist das für ein Kack Arsch ne alles leer ich hab schon wieder befürchten für Elektro wenn hier schon wieder alles leer gelootet ist fuck Spieler Christine verliert Verbindung wie lange dauert der Park Hauptsache du gerade eben so ich muss morgen wieder auf die Arbeit ja ist doch so hat er so Praktikum wie lange dauert läuft die Aufgabe schon was wie lange die Aufnahme schon läuft keine Ahnung 5 Minuten vielleicht Ach Kind sagst du das ist jetzt deine zweite Woche im Praktikum ne jo wie lange läuft die Aufnahme schon Junge keine Ahnung 5 Minuten vielleicht hey okay was liegt denn da was liegt denn da hey liegt ne Mütze hey liegt ne Mütze ne es ist keine Mütze lass dir dann nach Starbound hey nice hey nice was ich hab so'n umhänge Sack gefunden ne umhänge Sackler ja im Pro wird im Pro was im Pro ach ich kann's nicht aussprechen ich bin aber nicht ganz zu doof äh Courierback das ist so ne ja hey wie soll ich das erklären halt wie so'n Wanderer also wie so'n wie man sich so'n richtig typischen Wandersack vorstellt womit man wandert mit einem Sackler ich glaub ich lade grad wieder zurück nice das liegt ja mal einfach hier so rum der hat fast genau so wie so was wie Rucksack na hmmm 7 days to die nur 23 Euro Payday 2 30 Euro ich hoffe ich glaub gar nicht in die richtige Richtung aber normalerweise müsste die Küste immer links vor mir so gut wie möglicherweise werdet sich tief auch noch lässt werden die Befreunde und man hat uns wieder schlecht toll liegt aber nicht an meiner Verwaltung ja ja aber irgendwie auch nicht auf der anderen Seite sagt er sieht es da ist auch laut wo es hat er auch an einer Verbindung liegen es hat gar nicht krass gehabt liegt es nicht noch jetzt mal weiter dann Richtung Elektro ich mache jetzt zu BD das lange nicht an wenn ich dann vermutlich wieder rauskuchen werde und bereite mich da vor auf Star Wars ich gucke so lange im Shop mal rum jo wie viel Geld hast du eigentlich noch auf Steam 5 Euro irgendwas ja Star Wars ey Junge was ist das ey kein Plan scheiß Server oh bin ich was 19 Euro haben wir dafür ausgegeben 19 Euro für was ich schwöre ganz ehrlich was könnte auch billiger sein ja ja da hat es da und er verdient mehr zu kosten das ist nämlich hundertmal geiler ja ja also bei du hast wenn man zum ersten Mal steht ja also im Gegensatz zu Minecraft mhm dann haut das schon rein vor allem wenn man auch die ganze Raffen kriegt die ja aber ganz ehrlich das da war echt trotzdem geiler ja man merkt ich back die ganze Zeit hier rum das liegt nicht an meiner Verbindung mit der Server ist noch grad wieder am abscheißen weil die weil man das ist dann ist eben eine Early Access aber der gute Philipp den hören wir trotzdem nicht so gut äh äh aber ihr hört nicht ja war nicht gut ja war nicht gut guck mal ob irgendwas mit deinem Mikro ist das hört sich an als wär was mit deinem Mikro ok warte ich nehm's mal kurz raus und steck's damit rein wir sind erst im Kamishogo meine lieben Freunde Moment Moment jawoll mit unserem Wandersack ach und die Türen sind alle schon geöffnet worden nicht gut ich höre schon wieder einen von den Kollegen denen man nicht gerne begegnen will nämlich ein Zombie und hier sind die Türen auch schon auf toll ein thirsty leck mich ja ja aber so ist das normal jetzt Juge ok also muss neu anrufen sonst klappt Mikro nicht ach man merkt da Probleme ja das ist jetzt Skype und hört man ich höre dich nicht alter der Söber ist voll am lecken ja aber wir sind noch bald wieder in Elektro so langsam fühlt sich wieder was aber ich werde nicht den Philipp ja hörst du mich ja ja er war schlecht wieder egal egal das muss dann irgendein Scheiß liegen keine Ahnung am Mikro kann's nicht liegen ich lass einfach gleich nach der Folge hier vielleicht schon mal Skype beenden einmal ich will dann auch ich höre dann auch auf mit Daisy für heute ja ja und dann zocken wir erstmal nochmal richtig schick von Starbound weiter ja ja wir fangen dann glaub ich dann fängt glaub ich die äh äh neunte in der Folge an heute ja von Starbound jih mega ja bist du schon ich bin aus Kattenschaube raus wir sehen schon Elektro ok ok ach ja wenn du drin bist hört die Aufnahme auf hä ich wette ungefähr wenn du in Elektro bist hört die Aufnahme auf ist noch 4 Minuten ja kommt hin ok doch eine Aufnahme will ich dann glaub ich doch noch machen äh ja komm Alter ich will noch ein bisschen durch Elektro gehen ja aber das gute Welle und jetzt hier hat dann die Städte meine Hochfahrt das wird dann nur Ende dieser Folge und dann ja ich habe das doch fürs nächste Mal aus dann hast du was worauf du dich freuen kann von mir aus ja da ist der Bischof hier beleidigt tschöp tschöp so was geil auch auf jeden Fall oh diese Felswände sind nice bei mir sind die abartig schlecht tschöp tschöp ich guck mich hier gerade um was das für ein gutes boah da hinten man müsste eigentlich mal erstmal zu dem Leuchtturm da hinten hinschwimmen mh ein Starving wenn ich nicht in Englisch nicht grad äh was besseres hätte als ne 3 Würstig jetzt was das heißt nicht was das heißt Starving ja ja hab ich jetzt ehrlich vergessen heißt du verhungerst gerade ja 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 da sagt er ganz zum Schluss einem Starving halt du verhungerst I'm extremely hungry Junge ja ist doch mal was ich hab doch nichts zu Kopf ich weiß hoppla meinte er du Kopf ach Kind hör doch auf ach ach Kiddie ich hier mit meinem Wandersack ja wo äh der Wandersack geht ins Sack dann sehen wir es nicht noch für Early Access spieler Alex verliert die Verbindung einem Starving toll spieler Alex mhm der spieler Alex ne der hat den Deckel der hat den ja der hat den Deckel mhm der Alex ne das ist doch ein Kamerad ne bist du nicht so schnell ja ja bevor wir gleich Skaba und so müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken mit deinem Mikro ja ja wir machen dann nochmal Skype aus und gehen am besten nochmal neu drauf ja jo und wo bist du gerade? kurz vor Elektro ich sehe das Eingangsschild schon jawoll Freunde Borussen-Fan spielte 11 spielte 11 Stunden Starbound Borussen-Fan spielte 6 Stunden Rust Borussen-Fan spielt jetzt Daisy Montoblast hat jetzt Starbound Montoblast hat jetzt Rust Borussen-Fan spielt jetzt Daisy Borussen-Fan hat jetzt Rust Borussen-Fan hat jetzt Starbound Montoblast hat jetzt Daisy na nice Alter wir können doch wie so voll nicht voran wir sind jetzt so seit eine Million Folgen schon die ganze Zeit irgendwie in Czerno in Elektro ja ja aber schaffen wir es nicht zum R4 zu kommen wir laufen jetzt ich laufe jetzt sogar gerade wieder zurück dieses Mal schaffen wir es Junge dieses Mal werden wir auch vorsichtig so rumlaufen Schwab Paranormal mhm neun Euro was? Paranormal was willst du damit? ein geiles Horror-Game keine Ahnung vielleicht let's play hol der doch Outlast Outlast ist doch geil ja und ich bin in Elektro und ich bin in Elektro und einem Extremely Hungry und vor diesem Ortsschild hier beenden wir diese Folge jawoll wiii ok wir sehen uns in der nächsten Folge wieder tschuuu